Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kick-Off zum Bundesliga-Check und heute geht es weiter mit dem 1. FC Union Berlin. Und mittlerweile kann man sicherlich sagen, wir sprechen hier über eine absolute Top-Mannschaft der Bundesliga und deswegen ist es umso interessanter darauf zu schauen, welche Transfers im Winter getätigt wurden, denn da war ja bei den Berlinern wirklich einiges los, wie gut der Kader mittlerweile aufgestellt ist und vor allen Dingen, was in dieser Saison noch möglich ist, schafft es Union tatsächlich in die Champions League oder können sie vielleicht sogar noch die Bayern ärgern, all das und mehr heute im Bundesliga-Check-Update. Legen wir erstmal los mit dem Blick auf die aktuelle Saison und die läuft ja bis hierhin wirklich überragend gut. Union steht auf Tabellenplatz 2 in der Bundesliga, hat starke 36 Punkte geholt und ist damit nicht nur mittendrin im Kampf um die Champions League, sondern auch um die Meisterschaft. Denn man hat gerade mal einen Punkt weniger geholt als die Bayern und das ist natürlich überragend. Klar, man hat auch in Anführungszeichen nur 2 Punkte mehr als Platz 5 und 4 Punkte mehr als Platz 6. Es ist halt sehr, sehr eng nach oben, aber bis hierhin kann man natürlich mit dieser Saison extrem, also wirklich äußerst extrem zufrieden sein. Bedingt dadurch, dass man in der Bundesliga auch 3 Siege in Folge holen konnte, waren die 3 Auftritte im November gegen Leverkusen, Augsburg und Freiburg, wo man eben nicht gewinnen konnte, gar nicht mal so schlimm, weil man jetzt direkt im neuen Jahr wieder extrem viele Punkte auch einfach geholt hat. Im Pokal gab es ja auch gute Nachrichten, da hat man nämlich am Dienstag den VfL Wolfsburg geschlagen, steht damit im Viertelfinale und auch in der Europa League ist man ja weitergekommen. Dort geht es in der Zwischenrunde Mitte, Ende Februar gegen Ajax Amsterdam. Wir sehen, bei Union ist alles im Lot und deswegen blicken wir jetzt auch mal darauf, was sich denn im Laufe des Winters so verändert hat. Denn transfertechnisch war ja tatsächlich einiges los. Wir kennen es ja von Union, dass man vor allem auch im Sommer den Kader immer wieder verändert, es einige Veränderungen gibt und das war jetzt auch schon im Winter der Fall. Legen wir es mal ganz kurz los mit den Abgängen, damit wir dann erst recht über die neuen Spieler sprechen können, denn dort ist ja Julian Riasson gegangen. Er war Führungsspieler, Dauerbrenner, flexibler, Außenverteidiger unter Urs Fischer und das war natürlich schon Abgang, der vom Zeitpunkt her durchaus überraschend war, der bitter ist, aber der vom Gefühl her schon jetzt gut aufgefangen wurde. Er ging ja zum BVB für 5 Millionen Euro. Auch für Genki Haraguchi hat man ein bisschen Geld bekommen, er ist ja für eine Million zum VfB Stuttgart gewechselt. Tim Skarke hat man ja zu Schalke verliehen, auch da ein bisschen Gehalt eingespart, eine Leihgebühr bekommen. Nach zehn und langen Verhandlungen hat man ihn dann doch noch abgegeben. Zudem hat man Fabio Schneider abgegeben an den Kreisfall der FC. Timoteusz Puchacz und Laurenz Dehl wurden ja verliehen. Und in Sachen Neuzugänge hat man jetzt statt Julian Riasson Josip Juranovic. Der hat bei der WM für Kroatien gespielt, war dort einer der besten rechten Verteidiger des Turniers, wurde auch mal mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht und am Ende hat man ihn sich schnappen können für gute 8,5 Millionen Euro. Das ist ein teurer Transfer, aber konnte man eben auch gut finanzieren, bedingt durch die Sommereinnahmen und den Verkauf von Riasson. Und das ist ein absoluter Top-Deal. Interessant ist auch Ayasa Laiduni als Neuzugang. Er ist ja aus Budapest gekommen für gute 4 Millionen Euro. 26 Jahre alt. Auch er hat bei der WM mit Tunesien sehr, sehr stark gespielt und wirklich gute Leistungen gezeigt. Sehr, sehr interessanter Spielertyp, der eine gewisse Bissigkeit mit reinbringt. Die Zweikampfstärke kann, glaube ich, schon sehr, sehr gut ins zentrale Mittelfeld passen. Zudem hat man noch einen weiteren neuen Verteidiger geholt für die Außenverteidigung, für die Schienenposition und zwar mit Jérôme Roussillon. Er ist vom Vorfeld Wolfsburg gekommen, anscheinend nahezu ablösefrei, kostengünstiger Deal, 30 Jahre alt, sehr erfahren in der Bundesliga, hat er auch jetzt schon spielen dürfen. Ich finde, der passt wirklich sehr, sehr gut rein und deswegen kann man unterm Strich sagen, das Wintertransferfenster von Union Berlin war ein voller Erfolg. Der Kader wurde ein bisschen kleiner, aber vor allen Dingen wurde der Kader auch ein bisschen besser. Und das sehen wir auch ganz gut beim Blick auf die potenzielle Startelf. Im Tor ist Herr Frederik Renaud gesetzt, Lennart Grill ist die Nummer 2, Jakob Busk hat man dahinter. Interessant wird es natürlich dann davor. Erstmal grundsätzlich, welches System man spielt und wer eben dann auch aktuell so ein bisschen die Nase vorn hat. Systemtechnisch ist es ja unter Urs Fischer eigentlich immer eine Dreierkette. In der Vorbereitung wurde aber eben auch mal eine Viererkette einstudiert. Trotzdem haben wir auch jetzt in den Pflichtspielen erneut, und das auch vollkommen logisch, das 3-5-2-System gesehen. In der Dreierkette duellieren sich ja im Laufe der Saison die ganze Zeit Döcki, Jekyll, Knoche und Leite um die Startelf-Plätze. Knoche und Leite sind hier sicherlich gesetzt. Döcki und Jekyll haben ungefähr die gleiche Spielzeit bekommen im Verhältnis. Mal gucken, wer sich dort im Laufe der Rückrunde durchsetzt. Wobei, am Ende werden eh alle auf ihre Spielzeit kommen. Bei Timo Baumgartel war das ja zuletzt nicht mehr ganz so sehr der Fall. Er ist halt aktuell der fünfte Mann hinter den anderen Vieren, muss sich ein bisschen hinten anstellen. Ist aber natürlich auch deswegen durchaus wichtig, falls mal von den anderen wer ausfallen sollte. Thema Schienenspieler, Außenverteidiger. Da haben wir tatsächlich vier potenzielle Stammspieler. Denn natürlich hat ein Joranovic eine unglaubliche Qualität und sicherlich auch, nicht böse gemeint, aber sicherlich auch mehr Qualität als ein Christopher Trimmel. Aber natürlich wird auch der Kapitän auf seine Spielzeit kommen. Auf der anderen Seite ist es genauso. Nico Gießelmann war ja in der Hinrunde eher ein bisschen hinten dran, weil dort auch viel Juan Riasong gespielt hat. Jetzt hat er mit Roussillon nochmal einen anderen Konkurrenten. Hat jetzt bei den vier Pflichtspielen im neuen Jahr schon dreimal von Beginn an spielen dürfen. Roussillon aber auch direkt einmal als Neuzugang. Die werden sicherlich dort duellieren. Beide haben das Zeug zum Stammspieler. Im Zentrum ist natürlich Rani Khedira ganz klar gesetzt. Auch Yannick Haberer hat sich ja hier im Laufe der Hinrunde ja fast schon unverzichtbar gemacht. Ich denke mal eine Top-Ergänzung, um dieses Dreier-Mittelfeld wirklich richtig gut zu kompletieren, ist eben dann auch Laidouni, den ich hier mittelfristig als Stammspieler sehe. Paul Seguin ist dann hier der Backup. Auch Morten Thorsby muss sich aktuell so ein bisschen hinten anstellen. Andras Schäfer ist ja aktuell ohnehin verletzt. Mit Östunali, Möwald und Pantovic. Hast natürlich hier auch noch drei weitere Alternativen und Möglichkeiten. Also hier hat Urs Fischer wirklich zahlreiche Dinge, die man machen könnte. Rein taktisch auch gesehen, rein spielerisch gesehen. Da ist man richtig gut aufgestellt. Doppelspitze ist natürlich Geraldo Becker gesetzt. Da gab es ja nochmal kurz vor Schluss Abgangsgerüchte. Er ist aber natürlich dann doch geblieben, wie wir sehen. Daneben ist ja eigentlich Jordan dann der, der gesetzt ist. Kevin Behren zu mich als Joker. Überragend gut. Gefällt mir immer richtig gut, wenn er gebracht wird. Sven Michel und Jamie Leveling natürlich auch noch Alternativen. Marjiszewski gibt es natürlich auch noch, sorry, als eher typischen Flügelspieler. Und somit ist man auf jeden Fall in jedem Kaderbereich richtig gut aufgestellt. Sowohl von der Qualität als auch von der Quantität. Und das ist sicherlich eine große Stärke von Union Berlin, um eben auch in allen drei Wettbewerben bestehen zu können. In Sachen Gerüchten ist es natürlich ruhig geworden. Logischerweise nach der Beendigung des Transferfensters. Hier blickt man ja dann auch oftmals schon sehr Richtung Sommer. Auch da ist es aktuell ruhig. Natürlich gab es die Geschichte mit Isco, die dann sicherlich am Ende leider, rein sportlich gesehen, nicht geklappt hat. Wäre sicherlich sehr interessant gewesen. Trotzdem haben wir ja auch gesehen, auf der Zehnerposition im Zentralmittelfeld gibt es viele Möglichkeiten in Sachen Abgängen. Wird es im Sommer sicherlich spannend, was Geraldo Becker angeht. Sicherlich muss man auch beim Timo Baumgartel mal gucken, wie es da nach der Laie dann weitergehen wird. Je nachdem, wie viel Spielpraxis er noch so bekommt. Und deswegen kann man sicherlich sagen, jetzt erstmal ist man richtig gut aufgestellt. Richtung Sommer wird es dann möglicherweise wieder ein paar Veränderungen geben. Und blicken wir auch dann mal Richtung Sommer, was man denn dann in der Liga erreicht haben könnte. Und was auch generell die Zielsetzung ist. Und auch wenn es jetzt sehr, sehr komisch klingt, ist natürlich, und das ist jetzt gar nicht lustig gemeint oder so, der Klassenerhalt, das erste Ziel. Das ist halt bei Union Berlin so, ähnlich wie beim SC Freiburg. Aber das hat man ja jetzt auch schon fast erreicht. Denn 40-Punkte-Marke ist nur noch 4 Punkte weg. Union Berlin wird die Klasse halten und damit das erste Ziel und das wichtigste Ziel auch erreichen. Natürlich ist aber sicherlich auch klar, wenn man jetzt auf der Bellenplatz 2 steht, die letzten beiden Jahre Europa erreicht hat, möchte man auch das durchaus erneut schaffen. Die Champions League ist ja aktuell sogar möglich. Mit ein bisschen Glück kann man vielleicht auch tatsächlich die Bayern ärgern, wobei ich das jetzt nicht zwingend glaube. Die Champions League wäre natürlich schon der absolute Wahnsinn, wenn wir das in Berlin bei Union sehen würden. Ich gehe auf jeden Fall mal davon aus, dass sie bis zum Schluss um Europa mitspielen werden. Ich glaube jetzt nicht, dass sie Zweiter werden. Ich glaube, da wird einfach noch ein Team wie zum Beispiel Erbe Leipzig dran vorbeiziehen. Aber mit ein bisschen Glück, Champions League, Europa League, sollte auf jeden Fall machbar sein. Und generell spielt Union Berlin eine absolute Top-Saison. Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Und jetzt interessiert mich abschließend nochmal eure Meinung zu Union Berlin. Was denkt ihr, welche Ziele werden sie erreichen? Wo geht es hin in der Liga, im Pokal und in der Europa League? Denn natürlich kann man auch vielleicht im DFB-Pokal mal Richtung Finale blicken. Je nach Losglück, alles ist möglich. Schreibt das mal gerne in die Kommentare. Im nächsten Video geht es dann weiter mit der FC St. Pauli im Zweitliga-Check. Da sehen wir uns dann auch wieder. Und in dem Sinne sage ich, macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Da sehen wir uns dann. Untertitelung des ZDF, 2020